Hallo, ich bin Carsten in Lorbach und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Ja, ich bin mal wieder mit Wolfgang in der Eifel unterwegs, ganz in der Nähe beim Roman. Schöne Grüße übrigens von hier aus. Ich weiß ja nicht, ob du es siehst. Wir sind hier auf dem Weg zur Karkushöhle und was auch immer das ist. Ja und zwar eigentlich sind wir hier, weil jetzt im Herbst, im September sind noch ein paar Trekkingplätze aufgemacht worden und einen davon, den 180 Grad, den wollen wir uns heute anschauen. Ja, wenn ihr euch wundert, warum wir keinen Rucksack dabei haben und zwar haben wir das Glück, dass wir einen Parkplatz relativ nah dran gefunden haben und wir haben beschlossen, wir laufen die Runde ohne Rucksäcke und gehen dann zum Auto und holen uns sie und dann sind es nur noch anderthalb Kilometer dann zum Trekkingplatz. Sind wir heute mal faul, aber Wahnsinnsaussicht hier heute. Bis in Siebengebirge kann man heute schauen. Ja, hier ist ein ehemaliges Aquädukt und zwar sind wir hier jetzt auch an einem Teil des Römerkanalwanderweges. Die Stadt Köln wurde damals hier von der Eifel aus mit Trinkwasser versorgt und das war mittels dieser Aquädukte. Und es gibt auch den Römerkanal Wanderweg, den habe ich noch auf dem Zettel irgendwann mal zu gehen. Das ist so zirka 111 Kilometer entlang. Geht dann hier von der Eifel bis nach Brühl. Also von schönen Ausblicken hat man hier wirklich jede Menge, aber ihr hört mich schnaufen. Also hier geht es auch ganz schön gut bergauf, aber moderat ist alles noch im Rahmen. Aber wir sind beide schon froh, dass wir die Rucksäcke im Auto gelassen haben. Die Tour hier, die macht richtig Spaß. Geht immer so ein bisschen hoch und runter und man hat immer recht schöne Ausblicke. Das ist schon klasse. Natürlich verlinke ich euch die Tour hier wieder. Die ist übrigens auch im roter Wanderführer. Ich weiß jetzt noch nicht in welchem. Schauen wir mal. Da geht es weiter. Wir machen mal eine Aufnahme für den Andreas, den Velotourer. Einfach mal ein paar Küchen. Wir sind jetzt hier an der Karkushöhle und suchen gerade den Eingang. Ich glaube aber, ich habe ihn gefunden. Da müsste er rein. Da geht es. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Jetzt hatten wir doch gerade tatsächlich trotz GPS, trotz zwei GPS den Weg verloren. Aber jetzt sind wir wieder da. Und jetzt sind wir wieder da. Ich zeige euch mal die Aussicht hier. Und 100 Meter von hier entfernt ist der Trekkingplatz 180 Grad. Da vorne ist er. Aber wir waren ja zu faul, die Rucksäcke mitzuschleppen. Also müssen wir jetzt erst noch zum Auto gehen und die Rucksäcke holen. Aber dann ein Zelt aufbauen. Und erst mal einen Kaffee kochen. Tja, hier habe ich leider vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Aber eigentlich sage ich auch nur, dass wir die Zelte stehen haben und dass der Platz schön ist. Und naja, jetzt zeige ich euch dann noch die Toilette. So, die Zelte stehen. Ich gehe mal mit euch, ups, da habe ich aufgepasst. Jetzt gehen wir mal mit euch eben zum Toilettenhäuschen. Oh, die haben sie aber jetzt viel schöner gebaut. Ah, haben sie doch ein bisschen größer gemacht. Das ist schon vernünftig. Gefällt mir. Ja, das ist die Komposttoilette. Nach der Benutzung einfach mal eine Handvoll Streu oder eine Tasse, sagen sie ja immer, reinschmeißen. Ja, und da oben stehen unsere Zelte. Auf der Plattform. Ich weiß, ihr mögt die alle nicht. Aber ist nun mal so. Bei den Plätzen hier. Seht ihr? Da ist die Plattform. Und da seht ihr jetzt die Aussicht. Wirklich wunderschön gelegen. Guten Morgen. Wir machen jetzt gerade Frühstück. Aber schaut mal. Mit was von Sonnenaufgang man hier aufsteht. Das ist schon geil. Ja, wir haben so gut wie alles wieder zusammengepackt. Und dann machen wir uns gleich auf Richtung Auto. Aber das ist wirklich nicht weit. 1,4 Kilometer oder so. Von daher bietet sich der Platz da wirklich an. Wenn man sagt, wenn man sagt, man will mal eine Nacht draußen schlafen. Und danach vielleicht ein bisschen wandern oder so. Vaters Nachmittags hier hin. Ruckzuck bist ihr da. Ja, da unten der rote Punkt ist mein Auto. Allzu weit ist es jetzt also nicht mehr. Allzu weit ist es jetzt also nicht mehr. Es war gestern wirklich eine schöne Tour. Es ist wirklich klasse. Der Platz bietet sich an für eine Tour oder wie auch immer. Die Tour für den Platz. Je nachdem, wo sich es auch anbieten würde. Wenn mal einer den Römerkanalwanderweg gehen will. Der geht nämlich auch fast am Platz vorbei. Und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal Tschüss.